Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Portal 2 zusammen mit WirbelsturmLP. Hallöchen. Lange, lange ist es her, dass wir das letzte Mal aufgenommen haben. Deswegen möchte ich gar nicht wissen, wie unser, ja, wie soll ich sagen, unser Können ist. Wir können ja auch mal dazu sagen, das letzte Mal haben wir ja beim letzten Mal, als wir aufgenommen haben, auch nur einen Portal-Part aufgenommen tatsächlich. Da war ja was. Ja, oder waren es zwei? Ein oder zwei, aber wir waren an dem Tag. Ich glaube, es waren zwei. Wir waren an dem Tag ja irgendwie so überhaupt nicht in Portal-Stimmung können, wie auch immer. Ja, ja. Und weißt du, was so richtig produktiv ist? Ich habe ja die ganze Zeit keinen Termin gefunden, wo ich gesagt habe, ich habe Zeit, dass ich mit Stu aufnehmen kann. Und jetzt spontan fällt mir ein um, wie viel Uhr haben wir es? Neun Uhr abends. Da ist man geistig noch so richtig aktiv. Also sprich, das... Wieso schießt denn der nicht? Weiß nicht, ich habe jetzt den Schalter aktiviert. Oh, es ist so ungewohnt, jetzt die Tab-Taste gedrückt zu halten. Ja. Kann das gar nicht mehr. Mach mal nur mal den Schalter, bitte. Ich will wissen, ob mein Portal richtig sitzt. Äh... Ach, das macht die Plattform? Ja, ich bin da drauf. Okay, ein Stück rüber vielleicht noch. Okay. So. Boah, ich habe das Gefühl, ich bewege mich so krüppelig, weil ich die ganze Zeit Tab halte. Ja. Und wieder zurück. So, ich bin mal hier irgendwo. Oh. Ah. Oh. Hi. Hi. Hab mich lieb. Mein neues Haustier. Ich sehe das schon. Ey, es will runter. Okay. Es kam runter. Aber weißt du, was großartig ist? Ich habe... Der, ähm... Scrap macht doch dann immer so ein kleines Fenster, ne? Ja. Und das ist genau vor der Zeit, damit ich sehe, wie lange wir aufnehmen. Ah, okay. Ey, hier oben kann ich auch noch hängen. Das ist produktiv. Ja, definitiv. Gut, ich habe es ja bei mir auf dem zweiten Moni. Ja, ich habe es auch bei mir auf dem zweiten, aber ne? Ausgerechnet, das wird davon verdeckt. Ach so, das Minifenster, das habe ich ja bei mir gar nicht, weil ich ja im Fenstermod bin. Ja, und ich sehe gerade bei mir, das ist genau über die Zeit. Das muss ich gleich mal beim nächsten Part umpacken. Ja, gut. Und ich stehe hier einfach nur wie blöde. Hey, sorry. Ich weiß jetzt auch nicht, was du machen könntest. Ich versuche hier gerade rauszufinden, wie es weitergeht. Hi. Uah! Äh, kann ich hier irgendwas machen noch? Ich könnte mich mal auf den Schalter stellen. Ich stand noch nicht auf dem Schalter. Es ist immer meine Aufgabe in Portal. Einfach rumstehen. Ah! Ich glaube, ich brauche dich hier drüben. Ja. Äh, warte mal. Kannst du mal nochmal den Schalter aktivieren, dass ich sehe, wo die Plattform kommt? Of course. Nein. Ich glaube, die müsste nämlich genau gegenüber von mir kommen. Ja, genau. So. Ach so. Dann muss ich mal nochmal zu dir rüberkommen. Äh, ich warte jetzt nur nochmal den Schalter, bitte. Nochmal. Ja. Das ist ja eine erfüllende Aufgabe, die ich hier habe. Äh. Bin ich jetzt bei dir? Nee. Ich habe das Portal falsch gesetzt. Ach, das geht ja so gar nicht. Ist ja doof. Oder machen wir nochmal den Schalter? Natürlich. Kann, äh, können da zwei Portale auf der Plattform nebeneinander? Äh, ja. Müsste gehen, ne? Äh, ja. Ja, das geht. Dass du dann direkt durch meins weitergehst. Also Knopf drücken und dann... Ja, aber du musst mal vorher versuchen, das Gelbe rechts von mir zu schießen. Ich weiß jetzt in etwa, wo die Plattform ist. Äh, da in etwa. Ich glaube, da müsste es sein. Nee, nee. Da in etwa, wo ich hinpingle. Ach so. Ja, perfekt. Dann kannst du einfach direkt da zu mir rüber. Also, ich muss dann... Lässt du? Und dann durch den raus. Da ist meins, genau. Ah. Hi. Hi. Lass dich drücken. Lass dich drücken. Ich drücke mich ja schon. Wo bist denn du? Ich bin hier. Da bist du. Wo ist das denn? Äh, da ist das. Na. Wer drückt hier wen? Ja, das ist was. Genau, weil da geht nämlich diese Plattform hoch, wenn sich da jemand draufstellt. Ah, ach, und ich sehe schon ein Cube. Wirst du dich stellen? Soll ich mich stellen? Ach, weißt du. Ich bin das schon gewöhnt. Du hattest die Wahl. Ja. Das Problem ist nur... Nee. Genau das. Äh. Nein, 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 nein. Lass mich in Ruhe. Hauptsache, wegen deinem Portal kommt der Strahl auch zu mir manchmal durch. Wenn ich vielleicht hier einen auf Geonimo mache. Ja. Geonimo! Tot. Geonimo, tot. Das hätte ja sein können. Ja, hätte ja klappen können. Ach, deine Portale sind noch da. Das finde ich gut. Was macht denn der Knopf hier? Du hast das Ding hier hochgebracht. Was habe ich hochgebracht? Ja, da, warte, da. Bitte? Du hast eine Plattform hochgebracht. Ja, hier ist ein Knopf. Ja, guck mal bei mir. Ja? Du hast deine Plattform hochgebracht. Ich wollte dich eben schon fragen, was macht dir überhaupt der Knopf? Ich weiß es auch nicht, aber ich komme jetzt erst mal noch zu dir rüber. Hi. Jetzt haben wir da zwei Plattformen. Ja, ich weiß auch nicht, was die andere bringen soll, aber... Ach, das ist wahrscheinlich, dass wir dich damit zu mir rüberbringen oder so. Aber wir haben es ja anders gemacht. Ja, ja. Und ich habe gerade scheinbar eine Mail bekommen. Eine was? Eine Mail. Eine Mail? Hat es gerade Dittin gemacht, mein Thunderbird. Ah, ich höre dich auf jeden Fall auf die Tasten, Herrmann. Ja, sorry, mein Mikro ist da ein bisschen... Wir haben dasselbe. Ja, du kennst es dann vielleicht. Ich kenne die Probleme. Äh, was soll man denn mit dieser Plattform machen zum Gairo? Ja, mhm, mhm, schieß auf mich, ist okay. Sonst lass mich mal... Oh! GG. Ähm... Das, ähm... Da hin und dann... Da muss ich nachher das Blaue schnell setzen. Und zwar hier hin und dann kann ich hier weiter... Und dann kann ich erst mal den hier machen. Das war nicht gemeint. Ich weiß doch. Ich wollte einfach auf diesem Schalter... Willst du dich mal ab... Willst du dich mal umgucken? Vielleicht fällt dir da was auf. Du musst nur aufpassen. Was soll ich nämlich eigentlich sagen? Und dann war ich so voller Vorfreude und dann so... Yay! Und aua! Ja, du musst aufpassen. Die Turrets sind schießfreudig. Warte mal, ich habe... Bei dir habe ich das Rote, ne? Äh, ja. Sieht so aus. Da komme ich ja nur hin mit dem Cube. Und da sind ja die ganzen geschützten... Oh! Kommen wir nochmal zurück. Äh... Stell du dich mal hin. Ich will mir mal was angucken. Ich will was riskieren. Ja, ich bleib auch diesmal stehen. Ähm, ähm, ähm. Ist da... Ist da... Ne, da ist auch... Das einzige, was mir einfällt, aber ich glaube nicht, dass das die Lösung sein soll, ist hier so schräg rüberjumpen. Ja, es ist halt irritierend, weil... Aber dafür brauchen wir ja die Plattform, äh, doch, wir brauchen die, ne? Verdammt. Ähm. So, es lässt mich da nochmal bitte durch. Okay, ich muss nur erstmal wiederkommen. Naja, kein Problem. Ist das... Ist so richtig platziert? Ja. Hi. Hi. Da hinten ist auch nochmal ein Schalter. Das sind zwei Schalter. Warte mal. Oh. Ähm. Ach, das löst wahrscheinlich das Gitter auf. Das Auflösungsgitter. Ah, ich... Ich gehe mal gucken. Warte mal. Ne, ich glaube, ich... Ich muss da das Portal machen, weil sonst ist das nicht schnell genug. Du musst auf der Schalter stehen. Und was ist denn? Dann löst sich hier das Gitter auf. Ach, du bist da schon. So, einen habe ich jetzt schon mal. Und jetzt habe ich hier nur mal einen Knopf. Ah, jetzt kommt der Cube. Okay. Wo kommt denn der? Ach, der kommt da raus. Du musst wieder auf die Plattform zurück und dann, ähm, dir da ein Portal setzen. Das Geile ist, ich kann jetzt hier... Ach, doch. Natürlich kann ich hier wieder raus. Ha, 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 ha. Ja, und jetzt kannst du dir da auf der anderen Seite dann... Ähm, da hin. Perfekt. Perfetto. Wahnsinn. Äh, nein, 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 nein. Uuuh, ich sehe schon. Ich dachte, das wäre es richtig. Ich gucke dann, wozu du machst das Portal da. Hi. Hi. Wieder graziös platziert den Würfel, wie man es von mir gewohnt ist. Ähm. Du. Ja. Der muss da nicht hin. Oh. Okay. Der muss da hin, wo du eben warst. Verdammt. Ähm. Dann kann ich mir aber jetzt schon mal hier schlichtes Portal platzieren. Und du musst da wieder draufstehen, ne? Ja, ja. Okay, bin drauf. Okay. Äh. Würfel abstellen. Da hin. So. Zack. Und jetzt muss ich, äh. Achso, ich muss am besten zu dir zurück, ne? Oder? Muss du? Nee, muss ich. Nee, du musst da hin, wo du eben warst. Äh. Nee, ich muss erst mal wieder zu dir zurück. Wir müssen das Gitter auflösen. Wir legen. Ja, und dafür muss ich von hier hinten aus los. Ich muss da nur auf den Vorsprung, dass ich das Portal setzen kann. Das heißt, ich muss jetzt, muss ich wieder auf den Vorsprung, die Würfel aber mal dort belassen. Äh. Wir legen dir eine Professionalität an den Tag. Und du warst eben schon so voll euphorisch, ne? Ach, nee. Äh. Was hast du dann eben gemacht, um da hinzukommen? Ich muss... Okay, jetzt weiß ich's wieder. Okay. Ähm. Ich muss erst mal hier den hier machen. Dann muss ich hier wieder zurück. Dann... lasse ich den erst mal kurz seinen Strahl neu ausrichten. Hat er? Okay. Dann muss ich den hier drücken. Muss ganz schnell hier den hier machen. Mit den Würfeln schnappen und hier durchbringen. Ah! Ja genau, da rein, meine ich. So. Cool. Es ist das andere Gitter aufgelöst. Cool. Ah. Du wirst runter? Kannst du haben. Gefällst du da unten? Ja. Ich glaub, dem gefällst du da unten. Der blanchst du ein bisschen. So, und was bringt das jetzt? Ähm. Weil ich bin jetzt gerade nicht auf der Plattform, ne? Also... Warte, bleib mal. Bleib mal da drauf stehen. Das führt... Ach, Gott. ...um die Ecke. Siehst du das? Ja, ich seh das. Ich... Vielleicht... Ich glaub, da muss der Würfel hin. Läs mal das andere Gitter bitte auf. In diesem Gang da. Ich schnapp mir jetzt den Würfel mal hier rüber. Ich glaub, da war nur, dass man den Turret umbringen kann da drüben. Weil jetzt kann ich den hier hinstellen und jetzt bleibt es ausgelöst. Und ich hab die Vermutung, dass das in dem langen Gang, wo wir zuerst waren, das Gitter auflöst. Ja, das, was zum Ziel führt, ne? Ja. Ähm. Muss ich nochmal drücken? Äh, ja, das wär cool. Natürlich. Ich weiß nur nicht so recht. Ich glaub, jetzt musst du dich auf den Schalter wieder stellen, dass ich auf die Plattform gegenüber hier jumpen kann. Komme, 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 komme! Na, ich muss jetzt da runterjumpen! Ja. Yay! Ich mach mein Portal einfach mal über deinen, so. Ah, und deswegen ist da auch die Plattform. Und deswegen werden wir jetzt eventuell ungenietet. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Da ist ein Knopf. Ich denk mal, du musst... Ich hab'n Knopf. Und dieser Knopf? Ich hab'n Knopf. Ich hab'n Knopf. Ich hab'n Knopf. Okay. Ich versuch' mal was. Äh, äh, wie mach' ich das jetzt am blödsten? Nee, wir müssen beide da sein. Wir müssen wahrscheinlich wirklich beide da sein. Und wahrscheinlich mit dem Cube, wa? Ja. Du kannst durch das Portal dann durchgehen, wenn du dir die Plattform aktiviert hast mit dem Schalter und ich ersetze dann deinen rotes. Dann kannst du einfach wieder zurücklaufen. Ich geb' dir dann Bescheid. Geh' durch. Kannst. Okay. Ist vielleicht ein bisschen einfacher, als wenn du jetzt selber versuchst, hier auf die Schnelle drüber zu jumpen. Das stimmt. Weil ich glaube, wir brauchen hier einen unendlichen Fall. Ach du Scheiße. Okay. Wohin? Äh, komm einfach mal runter. Äh, ja. Äh. Nein! Oh. Cool. Ich komm' dann mal hoch. Flup. Ähm. Ist ja eigentlich egal, welches ich nehme. So. Bin ready. Okay, warte. Ich lass' nur mal kurz die Plattformen. Ja, klar. Okay. So. Dein Portelschen. Dein Portelschen. Ähm. Und dann muss ich dich... Ach, du bist auch runter. Ähm. Was muss ich dann? Kannst du nochmal in den Fall gehen? Ja, natürlich. Bitte. Äh. Und dann muss ich dich jetzt glaube ich hier rüber schleudern. Oh. Weil ich kann da ja keine Portale setzen. Du kannst die Portale... Oh! Oder so. Ich dachte schon, das soll... Hier so knopfst du. Ja, aber ich dachte, das soll hier trotzdem über die Portale gemacht werden. Oh. Oh cool. Ähm. Joannimo! Okay. Joannimo ist keine gute Idee. Ähm. Ich hab' ne Idee. Ja, ich hab' grad auch überlegt, ja, irgendwie vielleicht mit Portalen. Ich habe überlegt, mit einem unendlichen Fall erneut. Hahaha. Dann kann, äh, ich kann dich hinter die Dinger bringen. Hinter die Turrets. Mit dem unendlichen Fall. Okay, ich muss mit, okay. Ja. Äh. Und zwar genau hier. Oh. Hi. Okay. Sehr schön. Okay, was macht der Knopf? Keine Ahnung, aber ich geh' mal rüber. Oh, Kugel! Oh! Oh, das ist die Kugel, die wir brauchen. Äh, okay. Ich kugel sie dir mal rüber. Ich weiß jetzt nämlich nicht, wo wir sie brauchen. Guck mal. Äh, ein Knopf! Und, äh, Wasser! Ähm. Äh, der Knopf macht jetzt genau was. Ach, der macht da oben was. Ah, der macht eine Plattform. Ja. Äh, beziehungsweise schwenkt sie so aus, sagen wir es mal so. Das ist ja witzig. Ich guck mal weiter, was es hier sonst noch so gibt. Ja. Weil ich wüsste jetzt nicht, was sonst, wozu wir dich hier brauchen. Ah. Ich weiß auch nicht. Irgendwie... Weißt du, das, ähm, das, das Tabfenster, ne? Blaue... Ach du, das löstest du. Was? Das Tabfenster, ne? Wodurch ich dich beobachte, ne? Irgendwie zittert das ganz leicht. Okay, strange. Ja. Ah! Lalalalalala! Entschuldigung, ich hab mich erschrocken. Kein Problem. Du Mistvieh! Habe ich hier irgendwo ne Soße, in die ich dich schmeißen kann? Ne? Aber ich kann dich da durchschmeißen. Stirb. So. Pam. Cool. Cool. Hat leider schon die Decke gesenkt. Tch, 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 tch. Äh, ja, 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 ja. Da ist ein Laser. Wo kriegen wir jetzt ein Laser her? Strange. Wo war denn das Ding für die Kugel? Ähm. War das nicht am Ziel? Das war für nen Cube, glaub ich. Dann kann es sein, dass wir das für die Kugel noch gar nicht hatten. Ich wollte da grad einfach durchlaufen. Oh du, das ist ja nicht auffällig, ne? Kein Problem. Gerade nur so bemerkt, hm. Sollte ich vielleicht nicht machen. Ne, das war für nen Cube. Hier ist auch was für nen Laser. Ja, ja, genau, das meinte ich. Und da drunter dann halt die... Ähm, ne? Das ist genau das. Ist das am Anfang für den... Nö. Hä? Ich bin überfordert. Okay. Ditto. Achso, ich kann da erst einfach rüberlaufen. Da ist ja Boden. Ja, ja, ja. Hi. Hoi. Ich glaub, wir müssen erst versuchen, dich rüberzubringen. Mit der Kugel. Ich weiß zwar nicht, wofür wir sie brauchen, aber... Äh... Achso. Dumme Idee. Ne, nicht dumme Idee. Hi. Hi. So. Jetzt kannst du durch. So. Und jetzt, äh... Kannst du durch. Ich hab die ehrenvolle Aufgabe, diese Kugel zu transportieren. Und du machst mir den Weg frei. Ja. Wir machen den Weg frei und so. Ja, of course. Ähm... Da, genau da wollte ich hinstehen. Kannst du ein Stück zurück, bitte? Oh, tschüss. Tschüss. Damit ich nämlich hier... das nächste Portal machen kann. Ja. Perfekt. Und dann hier hin. So. Und dann, äh... vielleicht hier hin. Äh... Ja, da hat mich vorher der Turret überrascht. Ach, hier sind wir. Ja, hier sind wir. Ich weiß jetzt zwar nicht, wo hier irgendwas für eine Kugel sein... Oh! Ah! Ah! Aha! Oho! Oho! Ähm... Was mache ich jetzt hier lustig? Ist gar nichts. Doch, ich mach einen Strahl da oben. Ich wollte gerade sagen, du machst einen Strahl. Der bringt uns was? Was mach ich hier mit? Ich wollte gerade sagen, was machst du mit dem anderen? Ah! Was machst du mit dem anderen Knopf? Ja, das Gitter weg. Ja. Das heißt, jetzt kann ich hier durchstrahlen und dann kann ich hier vielleicht mal... Gottes Willen. Ja, gute Frage. Kann ich vielleicht mal... Ah! Ne, komm mal zu mir hoch. Ähm. Was? Wie? Ach so, äh... Kannst du ein Portal... Kannst du mir den... Nee, nee, kannst du mir den Gewürfel dann hochreichen? Weil ich muss ja hier stehen bleiben. Mach doch einfach hinter dir ein Portal und dann zu mir hin. Oh, oder so. Ja. Ja. Stimmt. Ähm. 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 Weil ich glaube... Naja, das glaube ich nicht. Ähm. Kannst du mal von dem Knopf runter gehen, bitte? So. Kannst du dann schnell hier durchgehen und ich gehe dann schnell hier auf den... Ah. Dass wir dich oben fangen. Was? Ja, geh mal durch. Ah, zu spät. Ach so, ich soll auf das Sprung... äh, Sprung-Ding? Oh! Das wäre natürlich auch eine Idee. Aber... Die bringt uns ja nicht so... Da fehlt jetzt wieder ein Würfel! Merkst du das? Da fehlt jetzt einfach wieder ein Würfel! Weil wir können ja so... Ah ne, du kannst den... äh, Quatsch! Du kannst den Ball drauflegen! Wo drauf? Und dann kannst du schnell zu mir kommen und auf das andere Portal gehen! Auf den Springer! Den Ball auf den Springer! Die Kugel! Auf den Springer? Warte, ich mach's! Ähm... Da drauf! Weißt du, dass man die nämlich mit dem Strahl rüberkriegen kann! Ach so, die Kugel soll auf das Springen! Und... ja, der Strahl... Die landet dann mit dem Strahl, passt! Kannst du's nochmal auflösen? Genau! Und jetzt gehst du auf den Strahl! Das müsste theoretisch, wenn meine Berechnungen stimmen... Ich komm mal hinterher! Warte... Ja, das... Wieso bin ich erst runtergefallen? Und jetzt komm ich nicht wieder mit, du bist zu fett! Das hatten wir schon mal, der Witz ist alt! So, jetzt hab ich das da reingepackt und das bringt uns jetzt genau... was? Irgendwas im Hauptraum scheinbar? Ah ne, Laser! Laser! Ah! I found Laser! Wir können hier also wieder... Ähm... Ähm... Was? Wir brauchen hier nichts mehr! So, alles gut! Ich wusste für einen Moment nicht, wie ich zurückkomme! Ja, du hättest auch einfach runterlaufen können! Wir brauchen hier ja nichts mehr! Nein! Dann kommt noch das Gitter wieder! Ja und? Was brauchen wir noch von der anderen Seite vom Gitter? Ich stand dahinter und sonst wär ich zerstört worden! Ne! Ach nein! Vergiss es! Ja, das ist genau so ein Fail wie grad eben mit der... Mach doch einfach Portale! Äh, jetzt musst du mich umgekehrt lotsen, weil ich den Laser behalten muss! Ach so! Am besten! Ah ne, ich kann mich selber lotsen! Okay! Äh... Ich geh jetzt hier mal geduckt durch! Äh... Äh... Gleich bin ich da! Gleich bin ich da! Ah! Bin da! Hi! Hi! Bin auf dich drauf gesprungen! Das ist nett! So... Wo bin ich denn? Wo muss ich denn? Äh... Du musst mich hier mit dem unendlichen Fall über das Gitter rüber lotsen! Und dann hier nachher das Portal machen! Wo? Da wo ich markiert hatte! Äh... Ich hab's nicht küsse! Äh... Ich würd mal gern... Okay, danke! Da muss dann das gelbe Portal nachher hin! Ah! Ah! Natürlich! Of course! Damit ich da... Gehen Sie bitte rein! Ey, fliegt durch den Laser! Cool! So... Damit ich da nämlich drüber... Glatsch! Ah! Und da kann man schräg springen! Da eins und dann drüben! Das müsste eigentlich klappen! Ah! Wenn ich jetzt den Laser verloren hätte, ey! Dann kann ja einfach oben irgendeins hin! Das Rote! So! Oh! Warte mal kurz! Okay! Laser! Laser! Äh! Apropos Laser! Verdammt! Das Portal muss ich machen! Nein! So! So! Da bin ich wieder! Äh! WB! Ich hab' ein kleines Appentakt auf dich vor! Äh! Und ich hab' grad erfahren, bei mir blitzt und donnert es! Oh! Ja! Jaaa! Auch nicht schlecht! Kannst du mal nochmal zurück in den Raum, wo der Laser ist und gucken, welches Portal ich brauch? Wo der Laser reingeht? Weil ich hab's vergessen! Und Frage, hast du dir aufgeschrieben, wo das gerade war? Äh! Äh! Ne! Aber es war ja nicht lang! Es war bei... 26,20 circa! Okay! Ähm! Also bei meinen 26,20! Ah ne! Falsch! Ja! Ich Idiot hab' mir nicht gemerkt, welches Portal ich brauch und ich will jetzt ungern eins setzen! Ich muss jetzt erstmal... Ah! Moment! Kann ich das schon sehen? Ne, noch nicht! Und anhand von denen, die ich da im Dingens hab... Also aus dem Blauen kommt's raus! Okay! Oh! Meine Tab-Taste! Gut! Das heißt, ihr macht das Blaue einfach mal hier! Okay! Gut! Gut, gut, gut! Nein! Sehr schön! Ach ja! Du kannst hier einfach rüberschießen, genau! Stimmt, das ist da ja schon... So! Und dann brauch' ich dich hier unten! Wollte sagen, du bist jetzt hier noch unten, ne? Da war noch irgendwo ein zweites Laser-Ding, ich weiß nur nicht wo! Siehst du das? Ja! Was? Deine Fahne! Ja! Bei mir seh' ich keine Fahne! Ja! Guckst du durch mein... Ja, ich guck durch deins, aber ich seh' da keine Fahne! Dann musst du dir unbedingt meine Aufnahme angucken! Deine Fahne! Ja, das werd' ich auf jeden Fall machen, ja! Deine Fahne, die du dran hast, die hängt hier einfach in der Luft! Okay... Strange! Ja, ich weiß nicht, mein Bild zittert ja auch! Strange! Warum auch immer! Äh, du musst mich rüberbringen, genau! Ich bin voll auf dich angewiesen! Na, ich merke das schon! Blau war's, wo's rauskommt, ne? Ja, blau war's! Das dunkelblaue! Äh, das hellblaue! Kommt's raus! Achso! So, und das bringt uns jetzt was? Ein für die Tür! Ah, wir müssen doch den Cube hierher bringen! Ist nicht wahr! Toll! Hätten wir vielleicht zuerst machen können bei Assault, weil ich glaube, alleine kriegst du den Cube nicht! Geil! Dann dürfen wir nachher die Reise für den Laser nochmal machen! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Das war wieder ein übliches GG! Durchaus! Oh! Sorry! Oh! Hä? Hä? Ja! Ja! Äh, also ich muss das Lila nicht anders setzen! Was ist denn? Ich hab grad geworfen! Oh! 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 Ja! Und, dann kannst du dir erst ein Portal hier setzen und ich ersetzt es dann nachher wieder! Da ist gut? Äh, nee. Warte, ich mach mal. Ja, da zum Beispiel. Dann kannst du auch rüberlaufen. Was macht das eigentlich? Ah. Okay. Cool. Jetzt das hier hat was gemacht. Wir haben ja wenigstens keine Turrets mehr. Also, es ist so... Äh. Ach. Ich weiß, wie du... Hm. Äh. Das Lilane. Das Lilane? Oh, cool. Ach so. Äh. Äh. Ah, nee. Weil ich war ja gar nicht so verkehrt. Ähm. So, dann mach ich mal hier Hintertür, hoffentlich im Portal. Ja, perfekt. Hi. Hi. Okay. So, und jetzt... Tötle... Kannst du mal hier das Gelbe setzen, please? So. Ähm. Jetzt warte ich noch mal kurz, bis es unten ist. Äh. Falsche Taste. Äh. Falsche Taste. Und jetzt warte ich noch mal kurz, bis es unten ist, 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 bis es unten ist. pt. Ne. Nee? Uh. Ach nein! das hat das andere Gitter gemacht! Ah, damn it! Verdammter Scheiße, wenn ich das mal so sagen darf. Und durchaus. Oh, gerade noch so. Das heißt, ich muss den Cube wieder reinbringen. Magst du dich da nochmal draufstellen? Natürlich. Weißt du, ich esse und trinke hier nebenbei. Ist ja nicht so, dass wir gerade mal schon hier 30 Minuten aufnehmen. Die Kamera sah so klein aus. Äh... Entschuldigung. Ach so, das war geil mein Portal, durch das ich geguckt habe. Naja, hab was für seinen Mainz denn gemacht. Äh... Ach so, falsche Sache. Ich musste ja in den Gang wieder rein und... Ach... Verzweiflung. Er sprengt hier womöglich unseren längsten Part, wa? Äh, ne, der war glaube ich 46 oder so. Mhm. Ähm... Ich meine, wenn ich bedenke, was wir nochmal alles machen müssen. So. Ja... Ich... Weiß es nicht, ähm... Na! Das löst jetzt das Trüben auf, ne? Gut. Das heißt, ich muss jetzt am besten... Brauchen wir ja nochmal ein... Äh... Zumindest so weit, dass ich das Gitter wieder auflösen kann. Sagen wir es mal so. Ähm... Cool, cool. Ähm... Warte, das ist das Lila, ne? Das heißt, ich brauche hier das Blaue und brauche dann nachher auch das Blaue. So... Ähm... Zack! Und dann kann ich hier rüber schießen und zack und hab den Würfel. Yay! So... Die Frage ist jetzt nur... Ähm... Kannst du mal den Schalter drücken, der das Gitter auflöst? Weil ich muss mein blaues Portal hier behalten, mein Hellblaues. Ach, der löst das Trüben auf. Ah... Ja. Mist. Wie habe ich denn das hier aufgelöst? Trüben, oder wie? Trüben habe ich das hier aufgelöst, oder wie? Ne, da kam der Cube. Mist. Ich habe schon wieder den Cube verloren, ne? Ja. Und ich komme hier gefühlt nicht mehr raus. Ja, dann... WTF? Joonimo! Wie soll denn das gehen? Da haben wir uns ja wieder eine schöne Bescherung eingebrockt. Die nächste Kammer suchst du aus. So... Äh... Der Cube müsste da oben theoretisch noch stehen. So... Flup. Oder ich gucke, dass ich mich selber da auf diese Dinger pack und diesen Cube hier stehen lasse. Wenn ich auf dem Auflösungsgitter der Scheiß drauf stehen bleib, dann kannst du ja ein Portal rüber machen. Und wenn du dann dein Rotes hier stehen lässt, das muss auf jeden Fall stehen bleiben, weil das steht da nämlich echt gut, dann kann ich nämlich meins daneben setzen. Okay. Wenn du dein Rotes da stehen lässt, da schnell rüber gehst und hinter dem Gitter ein Portal setzt, dann kann ich nachher ja, wenn ich durch das Gitter durchgehe, trotzdem nach hinten durchkommen mit dem Cube. Weißt du, wie ich meine? Okay. Okay. Das ist jetzt der Plan. Also ich muss jetzt dorthin, wo das Gitter sich auflöst. Ähm... Dein rotes Portal muss auf jeden Fall stehen bleiben. Okay. Okay. Ja, doch. Ich hab sie jetzt gecheckt. Okay. Ich hab sie jetzt endlich gecheckt. Ähm... Ah, ich brauchst nicht... So viel zu. Ich hab sie jetzt endlich gecheckt. Verdammter Mist, ey. Krummel, krummel. Aber ich hatte davor auch schon mal den... Hä? Ich bin ehrlich gesagt gerade so, gerade so. Hä? Äh... Warte. So kann es natürlich nicht funktionieren. Ach, wieso nehme ich das eigentlich so? Okay. Okay. So, weil dann, äh, kann ich da... Äh... Dann... Was haben wir jetzt nochmal aktiviert? Jetzt haben wir... Ich hab so einen groben Plan. Okay. Aber ich weiß... Ich kann ihn noch nicht genau erklären. Oh, ich hab's vorher... Falsche Partei genommen. Ist ja ganz super. Mach einfach. Sag mir einfach, was ich zu tun habe. Äh... Momentan stehen bleiben. Ja. Das ist... Das meiste, was ich hier in Portal mache. Und ich habe gefällt. Das ist... Nicht so toll. Also das Blaue brauche ich. Diese Kammer macht mich fertig. Diese Kammer macht mich fertig. Dahin. So. Und dann schnell dahin. So. Dann kann ich den Cube hier rüber nehmen. So. Du rumpelst auch die ganze Zeit mit deiner Tastatur rum. Und... sorry. Kein Problem. Ach ne. Ich brauche den Cube da drüben. Und wenn ich das hier mache, löse ich das Gitter auf. Ah. 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 Ich hatte doch grad so einen schönen Plan, wie das funktionieren könnte. Und jetzt ist alles futsch. Ich habe das andere Gitter nochmal aufgelöst. Äh. Das kann ich hier machen. Ah. Das kannst du hier machen. Das ist super. Dann kann ich ja hier... Warte. Den hier machen. Und... Achso. Ich muss erstmal den Würfel rüberholen. Jetzt muss ich auch schnell wieder auf die Plattform, ne? Ja. Ich muss erstmal den Würfel rüberholen. Ah. Warte. Dann reite ich es nochmal hin. Und dann musst du jetzt auf die Plattform... Äh. Musst du das Ding auflösen. Genau. Und dann auf die Plattform rauf, ne? Ja. Ja. Aber das ist alt nicht mit der Plattform. Ach. Das löst das andere auf. Hä? Jetzt ist die Verwirrung komplett. Ja. Jetzt ist die Verwirrung komplett. Du löst deins da auf. Und ich löse... Dann komme ich ja nur da durch. Ich glaube wir müssen hier... Bei. Aber dann bleibt ja das Ding nicht. Hm. Hmhmhmhm. Es sei denn... Warte mal. Kannst du mir mein Portal hier schießen und eins hier schießen, wo mein blaues grad ist? Ah. Ah. Ach. So. Ja. Egal. Ich wollte gucken, aber ich hab dein Ding ins Licht gesehen. Ups. Falsche Taste! Äh. Äh. So. Wohin? Ähm. Morte, ich muss erstmal wieder da hoch. Mhm. Und mir am besten hier mal ein Portal schießen. Und... Ja. Äh. Kannst du mir ein Portal hier oben irgendwo schießen? Äh. Äh. Und... Ja. Warte, bleib aber mal... Nochmal kurz drauf stehen. Müsst ja theoretisch da rüber springen können. Kannst du mir das gelbe Portal mal bei dir unten irgendwo machen? Äh. Ja, ok. Und das wird bei mir... Warte, warte. Dann... Ja, ist egal. Es macht das Gelbe bei mir hier oben irgendwie. Ohne die Plattform zu verlassen. Danke. So, jetzt bin ich bei dir und habe trotzdem ein Portal da hinten offen. Was ist jetzt, wenn ich jetzt den hier mache? Dann habe ich beide aufgelöst. Okay. Das heißt, ja, wir können jetzt den Würfel holen. Hey, hey. Du musst aber mal mit durch hier. Beziehungsweise du musst durch mein Portal durch. Ich kann hier, ich darf hier von runter. Ja, du darfst hier von runter. Du gehst mal durch mein Portal durch. Ähm, machst jetzt einmal hier ein Portal. Und gleich, wenn ich das aufgelöst habe, drüben. Okay, ja. So, danke. Dann kann ich jetzt den Würfel hier rüber holen. Und dann kann ich den über mein Portal hier nämlich rausholen. Oh mein Gott. Dann kann ich nämlich wieder rein und mich auf das Auflösungsdingen stellen. Dass das da aufgelöst bleibt. Aber ich würde sagen, das checken wir erst mal, wo dein eines Portal hin muss. Das rote. Können wir das jetzt nicht? Ach nee, jetzt. Da muss eins deiner Portale hin. Und du musst dann, wenn du rauskommst, dich schnell nach rechts drehen. Wenn ich auf dem Auflösung... Weil du musst dir nachher mit dem Schalter hier die Schaltfläche aktivieren. Dann durch dein Portal durch und dich schnell nach rechts drehen. Aber vorher muss ich auf den Schalter drauf. Okay. Ja, ich hätte den Cube mitnehmen können. Ja, aber warte mal. Deine Portale müssten beide noch bestehen bleiben. Ja. Das ist das Gute. Ja. Ach so, jetzt kannst du dasselbe ja einfach machen. Ja. Aber ich muss mich dafür am besten erst mal umbringen. Ja, und dann, ja, dann bringst du den Cube mitnehmen, ja. Und dann den Laserscheiß nochmal. Ja. Okay. Passt das so? Ja, 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 ein bisschen rüber noch. So, dann kann ich jetzt hier vor... Das hat sich nicht mehr mit deinem überschnitten, ja? Scheiße. Ja, ich komme zurück. Das ist doch doof. Weil ich kann ja nichts machen. Ja, das ist das Blöde. Müsste ich wahrscheinlich auch umbringen gehen. Alter, Falter. Aber so hätte es theoretisch funktioniert. Ja, hier rüber noch ein Stück. Oh, was? Ich wollte gerade sagen, ich sehe es gerade. Noch ein Stück am besten. Zu weit. Oh, jetzt habe ich eins wieder. Ja, perfekt. Perfekt. Okay. Ah, ja, ja, ist das kompliziert. Äh, äh. Ja, passt. Okay. Äh, jetzt muss ich wieder hier irgendwie rüber. Blah, 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 blah. Du musst dich wieder auf den Schalter stellen. Achso, ich glaube, ich muss den Cube wieder mitnehmen, ne? Weil der Cube ja das andere Gitter auflöst. Ja. Wir versuchen, du das nächste Mal den Cube vielleicht mitzunehmen. Äh, halt. Achso, halt. Ich muss ja einfach nur da rüber. Nicht. Na. Cube, dich will ich nicht. Ich will den Schalter drücken. Martin, jetzt muss ich da auch hin drücken. Nein, 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 nein. Ich stehe ganz ruhig. Äh. Ich brauche, äh, achto, ich muss mir den Cube holen. Das habe ich nicht gefällt. Kannst du in dem Gang da ein Portal schießen und da, wo ich gerade eins habe? ja passt auch noch ein warte mal das lilan bei uns nicht immer eindeutig wieder eine leichtere kann ich habe den schalter gedrückt ich will nicht wissen 45 minuten oder wie lange es will ja perfekt perfekt 45 ist perfekt aber ich kann meine portale stehen lassen das ist die gute nachricht also war der feld nicht ganz so schlimm die nämlich ist hier mit rüber und dann ach so kannst du den schalter drücken ja du meinst auch für das auflösungsgetaue ja genau den ach der lös das andere auf ja ach so nee das war ja glaube ich welches lösst du noch mal auf nee das andere da war doch irgendwas dass du mir den schalter drücken musstest ja das hier irgendwas war da damit wir halt warte ich bin noch da ich bin noch mit durchgegangen und habe dann portale gemacht stimmt irgendwas war da ich bin mit durchgegangen und dann hatten da musste ich dann nämlich da haben wir beides aufgelöst und habe ich dann meine portale durchgeschossen so halb wie haben wir das noch mal gemacht ja ich bin mit durch das heißt wir müssen jetzt auch wieder alles von vorne machen sich das richtig also den würfel gut den kann ich hier stehen lassen ja aber ich muss mit ich kann dir hier theoretischen portal setzen und gehst du mal auf den schalter und dann kann ich durch dein portal durch richtig dann hab ich da das blaue das führt mich da drüben hin ja ok dann kannst du einfach mein blaues nehmen genau und aktiviere dann ja du halt ja genau jetzt kann ich da moment ach so ich sollte es vielleicht mal stehen lassen wo habe ich denn jetzt das ist egal pack einfach da irgendwo in die kammer das gelbe ja stimmt ist ja egal wir haben ja vier portale ja ok jetzt kannst du dir einfach den würfel schnappen und dann zu mir rüber geben und alles chillig so und jetzt gehe ich da rein und stelle mich auf den auflösungsknopf so und jetzt dasselbe nur dass du den würfel versuchst mitzunehmen ja jetzt muss ich nur mal kurz gucken warte mal ich komme auch mal schnell rüber nochmal also ich bin jetzt noch nicht auf dem knopf ich kann jetzt den knopf drücken und dann versuchst du das mal ein stück nach links vielleicht du meinst das rote ja genau genau drück einmal ich möchte noch mal nein 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 nicht das drücken achso das drücken die plattform drücken ich will einfach nur mal kurz durchgucken damit ich ok aber ich muss dann das du musst dich nach rechts drehen und ich bin du musst den würfel dann ganz schnell links abstehen dich um 180 grad drehen und das gelbe portal auf der anderen seite setzen und mit dem würfel dann dadurch das gelbe portal ne ja und dann durch das rote durch und dann durch das rote wieder durch ja also du musst den würfel erstmal da abschneiden stellen indem du dich ganz schnell nach links drehst und ja aber ich muss jetzt erstmal drüben ok zack zack oh gottes willen oder wirst du dich drauf stellen und ich soll das versuchen ähm ich versuch das ok oh gott ich hab auch Panic dann warte ich stell mich hier jetzt drauf ich stehe ich stehe du musst jetzt nämlich das auch selber aktivieren ah ich merks grad oh gott das ist gar keine so schlechte idee du könntest auch das gelbe neben dir setzen neben dem schalter theoretisch ich wollte gerade sagen ich glaub dann hab ich einen kürzeren weg ne das ist besser ja ach kann das nicht ja doch so müsste ich aber durchkommen ja es wird noch besser ok würfel komm mal hier hin Panik ich sag dir wir können auch tauschen nice so哦 jetzt jetzt bitte jetzt bitte und hab's so irgendwie zerstört und, äh... Ja, guck mal, warte, guck mal. So rumdurch, ja, okay, ein Stück nach links vielleicht noch. Ja, ein Stückchen, sonst wird das nichts. So, aber mehr will ich da nicht riskieren. Lieber sterb ich einmal und komm dann neu als... Ja! Bin da! Bin da, wer noch? Hey, okay, und jetzt den Laser. Ja. Da, und dürfen wir halt nicht sterben. Da gibt's auch irgendwo nochmal was mit Wasser. Wenn man da ist, sterben ist scheiße. Und diese Dinge hier. Naja, da ist was mit Wasser. Oh nein, da wird hier der eine Rückweg wird, ähm... Ja, aber das haben wir schon mal geschafft. Wer will den Laser nehmen? Sollst du? Will ich? Nimm du lieber. Okay. Das heißt, äh, ich hab mich vorher da so ein bisschen rübergetrickst. Oder du kannst eigentlich auch für mich machen. Eins hier und eins hier irgendwo. Ja, ja. Dann muss ich mich nicht durch den Laser tricksen. Und vor allem hab ich nur ein Portal aktiv und weiß dann auch nachher, welches ich setzen muss. Ja. So. Äh, gut, das ist ja easy. So. Äh, achso, das war mit einem unendlichen Fall. Hier muss ich dann rauskommen. Genau, ich brauchst du dich dann... Genau. Na ja, genau. Ja. Ja. Achso, du hast mich rübergepackt. Wie, wie ich das? Ähm, ja, genau. Kommt wieder rüber. Ich bin drüben. Wtf. Am besten erst das obere. So, oder so. Dann muss das gelbe, glaube ich, da... Ne, das ist was Falsche. Immer das, wo ich rauskomme nach dem unendlichen Fall. Oah! Du hast mich fast da reingeschleudert. Oh, ich krieg die Gries. Das gelbe, das, wo ich rauskommen muss, da. Okay. Perfekt. Lebst du noch? Ich lebe noch. Oh mein Gott. Ach, jetzt kommt die Scheiße. Ja. Ähm... Boah, dass es aber auch hier nicht anders geht. Ja. Hab's. Ich meine, wenn ich scheitere, ist nicht so schlimm. Ja. Ja, ja, ja. Ja, es geht, glaube ich, anders. Ich glaube, es ist eigentlich geplant, dass man vielleicht versucht, sich hier rauszuschleudern, dass ich direkt drüben lande. Aber da kommt man ja nicht gescheit hin. Und so geht's ja auch. Einfach irgendwie das Rote oben. Ja. Na, geh erst durch. Okay. Ja. Deine Lösung so nahe. Wir sind der Lösung so nahe. Und jetzt verlaufe ich in den Laser. Nee. So, nach da, genau. Ich glaube, dann würdest du mir den Kopf abreißen. So, und jetzt muss ich... Na, mach ein bisschen höher. Perfekt. Oh, Leute, endlich. Nach 53 Minuten. Das könnte jetzt wirklich unser längster Part sein. Ich glaube, das ist es auch. Dabei sah die Kammer und das Bild wirklich so kurz aus. Ja, so viel Tanz. Aber nette Ideen. Vor allem, da steht Part 1. Ja, geil. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, das war's, ne? Ja. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und schaut mal bei mir als anderen vorbei. Und bis zur nächsten Folge, Portal. Bis dann. Tschau, Leute. Kriegen wir schon irgendwie hin. Elysia, Heimat der Seraphim. Okay. Schon ist das Ganze doch mal nicht... Ne, der scheint nicht zu sein. Alles klar. Wir leben hier ja gerade gar nicht gefährlich. Ah, das sieht cool aus. Ah, da müssen wir sogar hin prüfen. Ähm. Na gut, komm. Prüfen wir erst mal. Prüfen wir erst mal. Prüfen wir erst mal. Vielen Dank.